Moin und Willkommen zurück zu Satisfactory im Update 8 und so langsam aber sicher sind wir hier im Grasland fertig was die ganzen Produktionen angeht klar die ganze schön bearbeiten müssen wir noch machen das werden wir auch noch machen nachträglich aber was jetzt hier so große neue Produktionen angeht sind wir hier mehr oder weniger fertig nach heute hoffentlich gut und nicht klar solche Sachen wie die AKWs die wir immer nachrüsten müssen das müssen wir klar machen aber sonst werden wir jetzt hier nichts großartiges Neues mehr bauen das nächste Ziel wird dann die Wüste sein aber jetzt mal ganz kurz ein Ausblick für die nächsten drei vier fünf Folgen wir werden heute anfangen dass wir unter uns gleich die das Gummi und die Supercomputer noch einlagern die hier mit einer Drohne kommen haben wir letztes Mal ja gemacht dann schauen wir dass wir mit dem Rohquarz was hier ankommt ein bisschen Quarzsand machen also Rohquarz haben ja mehr als genug da wir brauchen Quarzsand dass wir hier die Aluminium Produktion ein bisschen ankurbeln können ich gebe es davon aus dass wir ungefähr 100 Alubahnen noch mal rausquetschen können was zusätzlich kommen und die werden dann hier verbraucht das wird nicht reichen aber es ist schon mal ein bisschen mehr das bedeutet wir werden dann nicht heute nicht morgen aber irgendwann mal wenn es notwendig ist noch mal mit einer Drohne Aluminium herfliegen lassen wenn wir die nächste Bauxidanlage aufbauen und ich gehe mal davon aus dass die nächste Bauxidanlage dann kommen wird in der Wüste dann lassen wir das hier einfliegen es ist jetzt nicht so dass es weltdramatisch ist wenn hier ein bisschen zu wenig Alu ankommt die Anlagen laufen sie laufen nicht auf 100 Prozent aber sie müssten ja auch erst zu 100 Prozent laufen wenn hier 30 AKW stehen also aber wir bringen sie auf jeden Fall zum laufen und dann wenn wir das haben also lauter Kleinigkeiten heute wenn wir das haben werden wir hier unter uns ist das Lager wo die ganzen Brennzellen oder ja die ganzen Brennzellen für die AKWs eingelagert werden da werden wir hier einen intelligenten Splitter einsetzen und den Überschuss werden wir mit einer Drohne irgendwo dahinter fliegen ganz weit am Ende der Welt und was es damit auf sich hat dazu komme ich dann wenn es soweit ist genau also das dazu was wir heute machen danach werden wir mal eine Tour machen um Festplatten Schnecken und so weiter und so weiter zu sammeln und danach würde ich sagen fangen wir an dass wir Richtung Wüste expandieren ich würde gerne hier irgendwo an der an dem Zentrallager ein Bahnhof bauen der dann Richtung Wüste hintergeht das sollten wir hinbekommen und wenn wir da hinten die thermal Raketenatriebe bauen genau das ist der Plan so für die nächsten drei vier fünf folgen klar die thermal Raketenatriebe werden Ewigkeiten brauchen aber so grob wie es weitergeht gut fangen wir an dass wir jetzt mal schauen dass das Gummi und die Supercomputer eingelagert werden und was wir heute noch machen müssen unbedingt bevor wir losgehen und Festplatten suchen und Schnecken suchen wir müssten noch mit der Hand ein paar Bäume klein hauen dass wir das nämlich in unsere Anlage rein tun das Bio Treibstoff rauskommt weil wir haben nämlich nur noch 85 damit werden wir nicht allzu weit kommen so also genau hier haben wir das Problem hier staut sich schon auf ist aber jetzt nicht so dramatisch wir müssen auch nicht allzu viel machen es sind dieses mal bloß zwei Items die ankommen wir machen das jetzt einfach ganz genau so wie wir es hier auch gemacht haben wir haben hier einen intelligenten Splitter habe ich genau hier das Loch frei gemacht ja hier einmal einen und hier genau und bei dem müssen wir ja eigentlich schon gar nichts machen da können wir einfach anschließen wir sagen hier geht ein Moment mal wie habe ich es noch drüben gemacht alles unbestimmte okay eigentlich muss man ja hier auch nichts einstellen man könnte aber man muss nicht genau bloß den Überschuss muss ich einstellen also wenn unten alles passt kann ich das hier auf alles unbestimmte lassen und unten passt es ja wir arbeiten ja sauber so alles unbestimmte rechts der Überschuss dann passt es dann kann es eingelagert werden das gleiche Spielchen machen wir da drüben und hier müssen wir gucken also ich mache jetzt mal hier noch einen Splitter hin obwohl wir den gar nicht brauchen aber hier in der Mitte kommt eine Fusionator mit dem Lift nach oben und zwar so rum dann haben wir hier links Überschuss in der Mitte alles unbestimmte dann habe ich hier auch unbestimmte eingestellt obwohl es wahrscheinlich egal wäre oder ja auf Hauptsache der Überschuss geht weg gut so hier haben wir jetzt den Überschuss schon mal weg ich muss hier oben ein paar Foundations schnell legen ja das ist nicht so gut gewesen also hier muss man echt aufpassen dass man die richtig ausrichtet dass sie sich immer überschneiden ja genauso theoretisch könnte ich den Schweberrucksack anziehen aber ist egal ne der war nichts und der hier auch nicht so passt das genau gut ich denke mal zwei rein noch dann sind wir safe so wo kommt der Lift der kommt hier und setzt mir direkt davor den Schredder wie habe ich denn das hier gemacht es ist gar nicht so einfach das immer auszurichten wenn das Gebäude rund ist logischerweise aber zumindest zu grob sollte das passen ja so rein dann bekommt der noch Strom wir gucken ach oben doch hier auch noch wir gucken gleich mal wie viel wir mittlerweile haben so komm her 39 plus 180 in der Tasche ja gut es zieht sich aber das war ja klar Moment mal ich mache jetzt hier hier kommt das Förderbank noch her bis auf die Mitte hier genauso und da machen wir es dann wenn wir die nächsten Items hochziehen dann habe ich unten noch Foundation ja also zumindest hier und hier nicht mehr ja so wird langsam aber sicher auch das Zentrallager fertig wir dürfen nicht äh gleich nicht vergessen dass wir noch ein paar Eisenplatten mitnehmen wenn wir losgehen so und jetzt brauchen wir nämlich hier einen intelligenten Splitter und ich kann das auch so machen wie schon gesagt das Chaos hier unten zieht irgendwann kein Mensch mehr wunderbar also da wir ja oben nichts eingestellt haben ist es jetzt hier egal wie wir das einstellen wir können jetzt sagen geradeaus Supercomputer und links machen wir den Gummi war das Supercomputer oder wann ja genau ich muss gucken dass ich hier gleich mal einen Bogen mache weil die nächste Drohne steht ja hier schon dann war das doch nicht so schlau dass ich den so drehe Moment mal das machen wir nochmal anders aber nicht so nicht so zack schon gesagt schön muss es nicht sein also rechts Supercomputer geradeaus Gummi dann passt es es läuft durch und dann können wir nämlich daneben anfangen mit Kunststoff dann habe ich Gummi und Kunststoff und solche Sachen immer schön nebeneinander muss ich mal ganz kurz gucken ob ich das vorher richtig gemacht habe hier sind die Supercomputer drin acht Stück aber warum sind hier acht Stück drin ach Moment mal das ist hier ein Schmarrn oder ganz kurz irgendwas dann war das vorher anders ok rechts Supercomputer das passt schon das passt jetzt ich teste es mal ganz kurz das war es du glaube ich ne die hier war das genau die hat auch Gummi und alles dabei jetzt komme ich nicht drauf ach das fließt jetzt langsam aber sicher aus Unkühlsysteme klar ja wie schon gesagt das dauert es ein bisschen bis das Gummilager leer ist aber das sollten wir hinbekommen und hier geht ja auch bloß der Überschuss rein so das passt schon ja ich muss das noch mal ganz kurz beim Gummi unten dann was gucken also es kommt ja ein Teufelskirche das machen wir gleich also ich nehme mal Eisenplatten noch mit und ein paar Grundsachen dann schauen wir mal also Rohquartz haben wir mehr als genug da müssen wir nicht noch irgendwie übertakten und hier sind die Batterien das ist ok lass mich mal hoch zum Lager da muss ich mir auch irgendwas überlegen wenn das hier mal zu ist ja gut ich habe hier eine Hyper Tube das geht auch also wir brauchen auf jeden Fall ein bisschen Beton und wir nehmen noch Eisenplatten mit wo auch immer die sind Schrauben habe ich noch brauche ich hier nicht so viele wunderbar kann ich bauen kann ich auch verstärkte Eisenplatten vielleicht noch gut also Rohquartz haben wir ich würde es mal ganz kurz noch mal gern zum Gummi schnell schauen weil da könnte es sein dass ich jetzt den anderen Anlagen den Gummi wegnehmen oder das Gummi wegnehmen wir fliegen mal schnell hin ja das war schon besser als letztes Mal ganz genau gut ja wir liegen super in der Zeit wir machen erst jetzt fix mit dem Badsand da müssen wir halt ein Förderband legen habe ich ja ok gut dann müssen wir beim zurückgehen noch schnell Förderbänder holen mit einem komme ich nicht allzu weit glaube ich also gut hier wird das nämlich der Gummi eingelagert und der Überschuss geht noch längs jetzt ist das Problem ich habe das Gefühl oder die Angst dass ich jetzt hier wo wird denn das nochmal abgezwickt hier ok das passt nee dann passt das ok gut alles alles gut passt dann holen wir schön Förderbänder wir müssen mal gucken wie man das Förderband ist gleich verlegen es ist ja ein relativ langes Förderband so hier haben wir ja das ist wieder ein Grafikfehler haben wir ja runter getaktet dass hier nur noch eine Anlage läuft das sparen wir uns 90 Aluminium bauen und trotzdem reichen sie nicht gut aber Förderbänder gehen uns so schnell nicht aus ich muss bis irgendwas wegschmeißen aus der Tasche aber ich habe sogar noch Platz passt gut das sollte reichen das bedeutet wir müssen jetzt wo Quarz beziehungsweise Quarzsand hier unten läuft auch noch alles ich muss immer mal ein bisschen gucken aber es passt Quarzsand von hier nach hinten bringen ähm was ist hier los 29% Effektivität warum Schwefelsäure fehlt ja ganz genau und ich kann auch sagen wieso ich hoffe es dass es so ist alles andere wäre scheiße dann geht auch die Aluproduktion wieder ein bisschen hoch automatisch das Problem ist weil diese Anlagen hier Schwefel fördern und auch brauchen aber sie laufen langsam aber sicher voll weil zu wenig verbrannt wird deswegen machen wir das auch unter Umständen sage ich es einfach mal so dass wir die Oranbrennsterbe wegbringen erstmal also zum Teil wegbringen dann läuft es hier besser aber es hat eigentlich einen anderen Grund aber dazu komme ich dann gleich wenn es soweit ist Moment so wir haben jetzt hier da hinten die Quarzproduktion und da werden wir jetzt einfach ein bisschen erweitern genau wir brauchen es nicht komplett übertreiben ja zwei Anlagen machen wir mal das reicht ja wie schon gesagt wo Quarz da könnten wir also da haben wir mehr als genug und wir können oben noch übertakten also das passt definitiv Quarzant Quarzant genau zack und wunderbar jetzt müssen wir das Förderband nur noch nur noch hinterbringen und ich würde sagen wir schauen mal dass wir den kürzersten Weg gehen und das würde sich eigentlich hier anbieten wenn wir schon hier sind 1200 Kubik ja passt läuft dann nehmen wir das von hier gleich wir schotzen unten drunter aus da kommen wir eigentlich ziemlich gut durch mehr oder weniger mehr oder weniger wir drehen den kopf mal dann komme ich auch hier vorbei in einem Förderband so müsste das passen so müsste das passen ne passt doch 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 passt wir müssen ja das Quarzant hinterbringen ja verwirrt 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 ja zu weit ist das Pferdeband nicht das war schön gerade allerdings werden wir nochmal ein ein Band legen müssen mit Batterien aber das wird nicht ganz so schlimm gucke ich mal wie es hier oben ausschaut das war jetzt knapp ich setze hier meinen Spurmasten ja kommen wir hin irgendwie also dann gehen wir hoch ja wir brauchen hier auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Platz merke ich schon so Autosave beziehungsweise ja machen wir so wir sind ja schon fast gleich da gut dann gucke ich mir gleich nochmal die Produktionseffektivität an wie es da ausschaut im Prozent und dann müssen wir es mal vergleichen in ein paar Minuten es wird nicht ganz reichen definitiv nicht aber mal zumindest ein bisschen alles war scheiße und dann müssen wir dann früher oder später noch Alu dann holen jetzt wenn dann natürlich die Schwefelsäule hier oder die ganze Anlage besser läuft dann wird hier auch wieder ein bisschen mehr Alu produziert dann könnte das wieder passen oder besser laufen zumindest das Problem ist wenn die Anlagen hier nicht laufen beziehungsweise wenn die Anlagen hier nicht laufen dann laufen die nicht und das sind Batterien und wenn die Batterien nicht laufen ich habe noch eine zweite Anlage Gott sei Dank aber wenn die nicht laufen dann könnte es irgendwann passieren dass die Drohnen ausfallen sonst habe ich hier das Förderband wo muss ich denn überhaupt hin hier hier rein muss ich wir müssen ein bisschen aufpassen dass wir hier jetzt wenn wir Überschuss haben dass wir den auch wieder weiter bekommen sonst staut sich das wieder auf das ist also Aluminium Produktion ist echt ekelhaft so schauen wir mal wie machen wir das denn jetzt halt hier du kommst von da kannst du auf jeden Fall schon mal da unten drunter das ist gut also das der Dach oder ja das Dach von dem Zug ist ganz schön voll mittlerweile ja so bekommen wir das denn gut wunderbar jetzt müssen wir schauen wenn hier zu viel ankommen sollte dass wir den Überschuss ähm wir haben hier unten einen intelligenten Splitter dann muss ich mal gucken ob ich den normalen Splitter auch austauschen kann also ich kann ja mittlerweile doch klar kann ich den austauschen ähm nach links hinweg geht alles unbestimmte und gerade aus der Überschuss falls es jetzt doch zu viel wird dann fusionieren wir hier Moment mal kann auch hier raus gehen die mache ich jetzt am plötsten so fusionator und so und so aber eigentlich dürfte da nicht zu viel raus kommen und so aber eigentlich dürfte da nicht zu viel raus kommen Moment mal was sonst warum ähm lässt ja noch was warum lässt ja was durch das verstehe ich nicht warum lässt ja was durch achso Moment mal der ist ja so drum gestellt ähm nee er ist so drum gestellt und hier kommt's ich mache ihn nochmal weg ich mache ihn mal komm ach weil da lol das habe ich schon ein paar mal jetzt gemacht man kann den nämlich austauschen man kann den aber auch überbauen wie gerade eben gesehen scheiße ich habe das schon ein paar mal gemacht fuck ich weiß aber nicht mehr wo naaa Mist jetzt alles unbestimmte beziehungsweise da ist es egal und Überschuss halt das lege ich auch nochmal neu jetzt läuft das nämlich hier auch wieder schön voll und jetzt wird hier auch wieder Alu produziert jetzt schauen wir mal ganz kurz hinter ähm ähm wie es mit dem Prozentzahlen ausschaut von der Effektivität dann vergleichen wir das mal so dumm ohne äh Jetpack also wir haben hier eine Effektivität von 29 Prozent ganz außen bis wir uns merken gut 29 Prozent so dann hätten wir das erstmal jetzt kommen wir zu dem Thema warum wir das mit den wenn Stäben machen da würde ich gerne ein bisschen ausschweifen und dann stelle ich mich mal zu dem Schredder hin und ich habe mir einen Zettel gemacht mit ein paar Zahlen also ich bombardiere euch jetzt mit Zahlen äh nicht wundern gut wir haben hier einen Schredder und ich produziere aktuell durchschnittlich 400 4.000 Punkte pro Minute und ich brauche keine Ahnung 10 Millionen oder so für einen Coupon ähm jetzt ist es so ich würde gerne das Maximum rausholen was man rausholen kann und jetzt komme ich zu meinem schlauen Zettel also man kann realistisch gesehen rausholen 175 Millionen Punkte pro Minute das ist das Maximum was geht es würde mehr gehen äh wenn wir die ganzen Anlagen auf einem Prozent runter takten hat nämlich folgenden Grund wenn man die runter taktet dann brauchen die im Verhältnis weniger Strom als sie produzieren also das könnte man machen allerdings bräuchte man dazu knapp 3,5 Millionen Gebäude insgesamt und das wird nicht funktionieren deswegen werden wir das so machen ähm was heißt so machen ich weiß es noch nicht ob ich es mache aber deswegen machen wir das mit den Brennstäben ähm würde ich das gerne probieren mit den 175 Millionen Punkten pro Minute und dazu brauchen wir jetzt Obacht dazu brauchen wir insgesamt 296 Montage Leitsysteme pro Minute und das sind die hier ähm ganz kurz die hier bringen über über das doppelte oder dreifache an Punkten wie die Montage Leitsysteme allerdings bekommt man da nicht so viel raus aus der Karte das wird nicht funktionieren das Maximum ich habe im Internet gegoogelt und recherchiert das Maximum ist tatsächlich wenn wir hier also grob noch 396 Montage Leitsysteme bauen und damit haben wir das Maximum rausgeholt was man rausholen kann allerdings brauchen wir dazu noch ähm 235 AKWs ja und dann haben wir noch ein Problem wenn wir das machen sollten äh wir können keine Vorproduktion machen also die Karte wird komplett ausgelutscht äh bis auf 2% Uran wird nicht gebraucht und irgendwie weiß ich nicht 15 bis 20% Kalkstein die nicht gebraucht werden sonst werden wir alles zu 100% brauchen das bedeutet wir müssten dann auch irgendwie dann Lager haben dass wir damit bauen können und so weiter und so weiter und meine Idee ist es dass wir jetzt schon mal das ganze überschüssige die ganzen überschüssigen Brennstäbe irgendwo dahinter bringen aufs Meer und die einlagern dass wenn wir das Projekt starten sollten wie schon gesagt ich weiß es nicht wir machen davor auf jeden Fall das mit den Coupons und den Statuen fertig äh wenn wir das Projekt starten sollten dass ich schon mal einen Haufen Brennstäbe hab dass ich ein paar AKWs in Betrieb nehmen kann weil dann wird die Karte nämlich komplett leer gemacht Satisfactory Calculator Seite mach ich die Karte leer und dann stehen wir nur noch hier irgendwo im Wasser mit den 10-15 AKWs und dann geht's los das heißt wir müssten dann auch jeden Miner übertakten und alles mögliche und genau das ist der Plan übrigens äh nur zur Info das beste Rezept was man machen kann ist was Punkte bringt ist das hier nein falsch ist die Silizium Platine umgerechnet bringt eine Platine wenn man sie in den Schredder haut knapp 690 Punkte Input sind um die 70 Punkte Kupferbleche und Quarzsand das heißt ähm der Wert wird durch dieses Rezept verzehnfacht und hier nicht es gibt auch Alternativrezepte da wird es dann wieder schlechter aber jetzt nur mal so dass ihr das wisst ich hab euch jetzt mit Zahlen zugebombt äh warum auch ich das jetzt hier so machen werde oder will ganz genau gut ich würd sagen wir gucken uns jetzt mal an wie wir das machen da hinten ist Platz für eine Drohne wenn ich sie bauen kann ich dummkopf ok holen wir mal schnell also 1,2 plus Drohne schwere Modulare Rahmenfunksteuerheiten habe ich alles hier unten noch und dann müssen wir mal gucken Moment mal ich gehe hier hoch wie wir das mit den Batterien machen weil da braucht die Anlage ja wieder also der Drohne hat ja auch wieder Batterien die könnte ich natürlich von hier nehmen das wäre nicht so weit oder da hinten wir auch eine Batterieanlage also der Weg wäre nicht so kompliziert weit das bekommen wir hin so ich brauche auf jeden Fall die schwere Modulare Rahmen die sind ja noch hinten die sind noch nicht oben eingelagert ja also ich könnte mir schon vorstellen dass ich das vielleicht in Angriff nehme das Projekt interessant wäre es halt mal das Maximum mal rauszuholen aber mal gucken wie schon gesagt wir werden erstmal das ganz normale Projekt weitermachen Coupons werden ja schon passiv generiert klar und dann kommt ja das Weihnachtsevent auch noch dazu es wird auch Zeit kosten aber mal gucken wie viel Zeit wir noch haben dann bis Update 1 kommt irgendwann mal Moment mal ich gucke auch gleich mal ja das passt so Funksteinheiten dann geht es los und Förderbänder habe ich auch noch ein bisschen was ganz genau und dazu brauchen wir übrigens dann so ziemlich ob ich alle Alternativrezepte brauche weiß ich nicht aber ich brauche ein paar bestimmte habe ich aber keine Ahnung welche jetzt aber das heißt wir müssten sowieso davor alle Festplatten sammeln und das machen wir jetzt dann eh beim nächsten Mal also alle nicht wir machen mal eine Tour alle sammeln wir nicht so dann habe ich das und dann nehmen wir nochmal ein paar Förderbänder mit und dann geht es los ja wir liegen eigentlich ganz gut in der Zeit wir werden es wahrscheinlich nicht ganz schaffen wunderbar ich muss es ein bisschen aufpassen wenn ich die Brennstäbe ein oder ich das Förderband abweist dass ich die Brennstäbe schnell wie möglich wieder rausbekommen aus der Tasche das war jetzt super dumm von mir auf das Förderband zu gehen ja und dann sammeln wir auf jeden Fall nochmal alle Schnecken ein vielleicht kommt ja nochmal irgendwann ein Patch und die respawnen nochmal dass wir so viele Schnecken wie möglich haben am Ende des Tages so Transport Drohne halt ich muss ein bisschen aufpassen hier kommt ja noch das Dach von den AKWs hin Drohne da kann ich gleich die die Drohne auch noch drauf setzen ähm Brenn Stab Lieferung wegen mir ist ja wurscht so hier müssen die Batterien rein und hier die Brennstäbe so Moment mal ich hau hier gleich wo sind sie wo sind sie wo sind sie ich weiß immer nicht ausgehend eingehen was da jetzt halt richtig ist zieh mir ja gleich eigentlich kann man ne Moment mal eigentlich würde es mehr Sinn machen hinterm Lager weil ja eigentlich ist naja egal ist es nicht wenn ich es jetzt hier weg mache dann wird mir die Drohne früher oder später das Lager hier leer machen irgendwann wenn wir hinten dann ein großes Lager haben was ja nicht schlimm ist weil wir haben ja hier ordentlich Puffer und die Anlagen laufen ja das Problem ist wenn jetzt hier irgendwas passiert und es fällt auf äh fällt aus alles dann habe ich keinen Puffer mehr das ist schlecht deswegen würde ich sagen auch wenn es unrealistisch ist wir nehmen uns von hier weg wir nehmen uns von hier weg macht glaube ich mehr Sinn so wo sind sie hier na dann ist das Lager quasi der Puffer für die AKWs hier da kommen ja noch welche dazu auf jeden Fall brauche ich jetzt hier einen intelligenten Splitter und nach rechts geht der Überschuss jetzt muss man mal gucken ähm ich werde wohl oder übel unten drunter gehen müssen ja so wie schaut es denn hier aus ja irgendwie geht das schon und hier muss ich hin natürlich ist das wieder Pfeilabang im Weg klar ah falsch rum also bloß nicht abstürzen bloß nicht abstürzen gut so die ganzen Anlagen laufen jetzt hier leer wenn hier Strom drauf ist laufen die leer dann fängt auch hinten die Schwefelproduktion also der Schwefelverbrauch geht dann wieder hoch und dann müsste auch wieder mehr dann müsste auch wieder mehr ähm Aluminium kommen so jetzt fließen die ein jetzt muss ich mal ganz kurz gucken ob ich das ach die gehen gleich direkt in die Hydrone rein ja sehr gut und dann müssen wir hinter gehen ins Lager Moment mal das passt wir schauen jetzt mal ganz kurz ähm knapp 30% wahrens wie es da jetzt ausschaut ich glaube schon wieder nur noch 16 Filter unglaublich also Jodfilter aber ich glaube das wird sich jetzt nicht großartig verändert haben hier oh doch 96% guckt das passt wenn es die Anlage war doch das war die sehr gut dann passt das wieder wunderbar nicht schlecht dann können die jetzt auch alle wieder schön arbeiten das passt ähm habe ich jetzt vielleicht zu wenig Quarzand ne doch ich glaube schon ja ja hier läuft das Band nicht mehr voll ähm jetzt probiere ich es nochmal jetzt Steuerungstaste drücken der Überschuss geht nach links nur der Überschuss und wenn jetzt hier was raus geht müsste das gleich wieder nachgefüllt werden ja sehr gut jetzt sind es auch keine zwei Splitter mehr sondern einer nicht so dumm wie vorher passt so wir schauen mal ganz kurz ähm ob wir noch Biomasse haben ich glaube aber nicht das mit der Drohne machen wir dann ähm beim nächsten Mal fertig oder halt dann auch beim übernächsten Mal so eilig ist das jetzt nicht dass es eingelagert wird es muss aber eingelagert werden definitiv dass wir da ein paar tausend Brennstäbe über haben wir müssen auch noch das Batterieband anlegen ja vielleicht müssen wir nächstes Mal noch ein bisschen Hand anlegen mal gucken oder nee im nächsten Mal machen wir auf jeden Fall eine Tour so wir hatten ganz am Anfang unter dieser Anlage hier Biomasse Generatoren und ich weiß nicht ob die noch stehen die sind noch da oh wir haben noch Biomasse sehr gut ist auch noch Biomasse drin die Generatoren kann ich jetzt eigentlich mal weg machen wir müssten nämlich die Blätter also die Anlage hier bleibt stehen wir müssten die Blätter wenn wir welche Farmen hier rein tun und das Holz dann wird hier Biomasse gemacht und mit der Biomasse gehen wir jetzt mal fix hoch dann sollte das reichen ja die ganzen Viecher sind respawned klasse wunderbar übrigens Leute wenn ihr das ganze Chaos feiert achso sobald ich die Biomasse also diese Biomasse in der Taschen habe nimmt der Jetpack die warum auch immer man kann das zwar hier umstellen macht er bei mir aber nicht keine Ahnung äh was ich sagen wollte übrigens wenn ihr das feiert dürft ihr gerne ein Abo unterlassen wäre eine coole Sache würde mich ultra freuen genau und dann haben wir auf jeden Fall schon vielleicht in 200 Folgen wenn wir mit dem Projekt fertig sind ein Nachfolgeprojekt und bis dahin ist auch irgendwann 1.0 da und dann geht es eh sowieso von vorne los äh ganz kurz ist das richtig bester Biotreibstoff jawoll der geht jetzt da rein also ich sollte ihn vielleicht hier rein tun und der macht in Kombination mit Wasser den flüssigen Biotreibstoffen der wird hier verpackt und dann haben wir jetzt dann hier gleich wieder was und wir haben jetzt noch äh 67 das ist nicht mehr allzu viel gut ähm ich würde jetzt gerne wir haben noch 2-3 Minuten mal die Location so ein bisschen aussperren wo wir das Lager hin machen wir müssen ein bisschen wir müssen auch überlegen dass wir dort wo das Lager ist dann auch wie schon gesagt das ist alles wenn und vielleicht und mal gucken äh dass wir dort auch die AKWs bauen also das heißt wir brauchen Wasser ich würde gerne mal ein Förderband haben wo ich drauf springen kann danke hier das hier aber das ist so langsam naja immerhin besser ist nichts und es muss ziemlich abseits sein wo ich in der nächste Zeit nicht mehr hinkommen weil wenn da ist dann mal irgendwann weiß ich nicht 10.000 Brennstäbe eingelagert sind und ich in der Nähe bin dann macht einfach mal Putsch und ich bin wahrscheinlich tot aber das hier ist doch schon alles sehr predestiniert dafür ja doch 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 wir gehen jetzt hier einfach mal gerade hinter ein Stück so schön abseits wir brauchen hier Platz 1 2 3 keine Ahnung wie groß aber all zu groß muss es dann doch nicht sein ja den Beton hauen wir jetzt noch weg also hier kommt dann der Drohnenlandeplatz hin Moment mal ich ziehe gleich mal Sprung her das ist wunderbar es ist aber irgendwie nicht similisch kann das sein so so also hier der Drohnenlandeplatz wo ist er in die Richtung Batterien brauchen wir ja hier keine so und die Brennstäbe kommen dann hier raus ich habe keine da kann ich auch mit MK1 arbeiten das ist nicht so schlimm theoretisch mit MK1 theoretisch mit MK1 so und das sollte jetzt erstmal reichen Logistik was haben wir denn MK4 und wenn die voll sind erweitern wir die halt nochmal aber wir brauchen eh erst noch Batterien bevor die Anlage läuft und wir benennen sie auch noch gleich um ähm wenn Stab Lager wunderbar genau dann geht es beim nächsten Mal mit den Farmen von den Festplatten weiter äh übrigens das hier die Mod die ist nicht mehr aktiv also wenn man die einmal aktiv hat dann ist es anscheinend immer da müssen wir mal gucken ähm ich würde sagen wir gehen ausgehend vom vom Zentrallager gehen wir hier so entlang gucken mal dass wir in einer Folge so viel Festplatten und Schnecken wie möglich haben bekommen das ist der Plan gut Leute dann würde ich sagen war es das für heute danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal tschüss tschüss